Empathiemangel Empathiemangel führt zu Störungen der Selbstentwicklung abhängig vom Entwicklungszeitpunkt, je früher desto schwerer, und Intensität, z.B. Vernachlässigung. Spiegelung der Mutter führt zur Entwicklung des Größen selbst, Wahrnehmung des Vaters zu idealisierter Eltern-Imago. Unempathische Mutter kann durch einfühlsamen Vater kompensiert werden. Empathiemangel führt zu inkohärenten Selbstkern, ohne Abwehr bei Psychose-Autismus, mit Abwehr bei Borderline-Nazismus. Kritik zu starre Rollenbilder.